So, willkommen zur 20. Folge von MeinGlobe. Ja, doch stimmt alles soweit. Genau. Ok, ok. So, das wird dann auch erstmal die letzte Folge wieder für die Session. Wachsett meine Bäume, wachsett. Hoch in die Luft mit euch, wachsett, wachsett. Ist nicht alles protected? Ja, alles protected. Nicht, dass mir der Typ da hinten... Oh, der ist im Baum. Vielleicht die ersten Bäume geklaut wieder, aber ist alles protected. Aber doch, alles protected. Mal gucken, wie viele Riesen... Wow, ernsthaft? Ernsthaft? Lieber Herr Zahlmeister? War der da? Das war doch der, oder? So, doch dieser Zahlmeister, der da so viel so... das Gräuter gebaut hat. Alter, das sieht so hässlich aus. Ne, sorry, also lieber... Es tut mir leid, aber... Ne, sowas kann ich hier einfach nicht dulden. Wenn du schon... Ok, das sieht nicht aus. Ok. Ok. Ich hab mich entschieden. Delete. Blocks. 4.1. Ja, mit dem Befinden muss man immer aufpassen, weil es... Es wird immer ein Gesamter Chunk zurückgesetzt. Was man hier immer sieht, so schöne Kanten. Da... Naja, und deswegen muss man aufpassen, dass da wo man steht, man immer aufpassen muss, dass da nichts irgendwie in der Nähe ist, was nicht weg soll. Weil es kann halt passieren, dass wenn jetzt hier das Beispiel Neck von einem anderen Gebäude gewesen wäre, dass dann auch gnadenlos mit weggegangen wäre. Das Problem ist an diesem Befehl, den kann man nicht rückgängig machen. Das ist das Problem. Und deswegen muss man da echt aufpassen, dass man da nicht zu viel löscht. Ja, das ist ja kacke, hier kommt alles weg. Das sieht doch scheiße aus. Oh Gott, wer macht denn sowas? Oh Gott, ich möchte mich hiermit wieder feinden. Sogar was mit Wirtsdorn gemacht, aber sorry Leute, das kann hier so nicht bleiben. Ich ertrage ja vieles, aber so eine extrem verzerbombte Landschaft... Äh... Äh, okay. Jetzt gehen die Bäume rum. Ah, dann holzen wir mal ab. Ah, das hier unten kann eigentlich alles bleiben. Das Gebäude zumindestens könnte zwar auch besser sein, vor allem das da, also das bitte ich unterachteln. Aber es ist wesentlich so ein Blickfeld, von daher kann man sagen, es ist nicht schön, aber es ist zumindest geduldet, da hinten brennt es. Wow. Okay. Nicht weiter beachten. Ja, keine Aufmerksamkeit checken. Da, das da. Das sind Gebäude. So kann ein Gebäude aussehen. Das ist wunderbar, richtig schön. Ja. Ich meine, ich bin jetzt der Letzte, der einfach... Autsch. Der einfach sagt, ähm... Ist scheiße. Aber... So, das hier löschen wir auch noch, damit die Farbe stimmt. Damit es zumindest einigermaßen zusammenhängt ist. So. Voila. Ja, das ist das Problem, äh... Seitdem diese Map erstellt wurde und jetzt, gab es Änderungen im Map-Generator. Und der hat zum Beispiel zu folgt, dass dieses, dass diese Fläche jetzt halt in der Farbe dargestellt werden würde. Weswegen natürlich, wenn ich die Glöcke lösche und sie neu erstellt werden, natürlich auch in der Farbe erstellt werden. Wie sie jetzt sein würden. Ist ein bisschen blöd, ist aber so. Okay. Fertig. Was ist hier hinten noch los? Das sieht ja auch kacke aus. Ähm... Ja, komm. Hat da jemand Sand oder Gras oder sowas gebraucht? Keine Ahnung. So. Ja, das hier ist nice. Hier geht es ganz tief runter. Finde ich schon nice. Was ist hier los? So. Ach, ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Das ist nur ernst? Ja? Das ist nur ernst? Ich fick euch. So. Bam. Haben wir. Okay. Weiter. Wir brauchten Holz. Oha. Wieder ein paar Riesenräume. So. Mal gucken, was die hier schreiben. La la la. Unter der Erde ist... Ich bin... Was? Unter der Erde... Achso, wahrscheinlich ne Antwort. Wo kommt... Äh... Wo bekommt man Diorite her? Unter der Erde. Das macht Sinn. Ich bin gleich soweit. Ähm... Okay. Yep. Was? Achso. So. Komm, wir suchen ne Höhle. Hast du was zu essen und Holz dabei? Yep. Da hast du schon Diorite. La la la. Let's take it. Entweder der stirbt oder er timed out. Timed out. Pfff. Grammatik. So. Okay. Wir holzen hier mal das ganze schöne Holz wieder ab. Das haben wir nur deswegen gepflanzt, damit wir es jetzt wieder abholzen können. Pfff. 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 Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ok, das andere ist relativ schnell wiedergehe. Nein, das geht doch nicht. Fuck. Das wird aber so ganz bisschen viel, sodass ich es nicht mehr rechtzeitig schaffe. Das ist immer so deprimiert. Ich störe mal, weiß nicht. Depression. So. Nein! Ok, jetzt bauen wir es aber an der Hacke. Ähm, Holz. Holz. Ja. Ach, wie ich meinte, wir würden noch eine Menge Hacke brauchen. Also, eine Menge nicht, aber auf jeden Fall noch ein paar. Äpfel. 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 So, gut, wir bauen jetzt mal noch die anderen Bäume hier, bevor wir die ganzen Samen einsammeln. Dann können die nämlich mal runterfallen zur Erde, während wir hier die Bäume verstümmeln. das geht soweit ganz gut. Das geht soweit ganz gut. Aber so, da ist noch ein bisschen Halt. Hier ist noch eine Holzvolle Hütte. Ja. Ja, ist ja gut, Pferd. Und was ist das? Ja, das war's. Okay. Blätter die spawnen, dann ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass man sie erfolgreich verkackt hat. So, ich sag mal, wir machen den ganzen Samen ein und dann... Ja, die hier sind natürlich wieder zu nah an dem Klicksack uns da dran. Wir sollten die Blätter nächstes Mal, äh, die Bäume nächstes Mal eine Reihe weiter weg pflanzen. Das würde uns eine Menge Arbeit auch sparen. Jäger, diesmal sind ja echt wenig dieser Saplings, äh, von diesen Saplings da gedroppt. Was ist denn da los? Ach, leck mich. Danke. Jawoll, endlich. So. Wir haben grad mal 30 Stück wieder bekommen. Na gut, ein paar Blätter die spawnen hier ja noch, aber trotzdem ist ein Witz. Wir haben mehr Bäume gepflanzt, kriegen aber weniger Samen zurück. Das ist irgendwie echt, ich weiß ja nicht. Äh, das stand im Arbeitsvertrag anders drin. Wow, ist ja genau so schnell, wie wenn ich das so mache. Na gut, dann mach ich das so. Da brauche ich wenigstens nichts von der Hacke, von der Spitzhacke, von dem... Ach, hier bist du schon. So. 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 techügen wir mal kurz mein bisschen mein Inventar. Das sieht sonst schlimm aus. Äh, so, da… da, da, da… da… da, 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 da … da, da… da, 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 da… da, 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 da da, da, da. ich habe mich mitgenommen ja die werde ich jetzt gebrauchen ich werde mich erst mal jeden bohnen rausreißen müssen logischerweise bevor ich den neuen ich hoffe mal der lüge kann alles folgen So, bevor ich noch einen Anfall kriege. 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 So, bevor ich noch einen Anfall habe. Klar, erstmal fährt hier drauf. Digga, ey, ich fickle dich gleich. So. Erstmal hier schon abladen, ne, die ganze Kacke kommt erstmal komplett weg und dann brauchen wir noch eine Schüppel. Oh Gott, das wird ein Albtraum, das wird so ein Albtraum, wir werden also definitiv noch Eisen brauchen. Oh Gott. Boah, sieh auf dem Rad, die ganze Zeit um welche Tiere, sag mal. Was ist denn hier los? Ist ja wohl nicht mal alle hier. Du Stern. Ne, die spawnen auch so, oder? Ja. Das Tünchen? Das wird nicht hier. Ey, glaubt das nicht. So stand das nicht im Vertrag. Ich hab nur anerkennen, dass hier auch Monsters-Kon, also hier sowas wie, weiß nicht, Skelette oder so ein Scheiß. Zombies, äh. Mag ich nicht mal dran denken. So. Okay. Holz. Wir brauchen Holz. Äh. Das hier brauchen wir. Dann kommt der ganze Müll weg. Kommt nach da oben. Okay. Holz. Das hier brauchen wir jetzt. Na klar. Danke schön. So. Und jetzt wird hier... Ach komm, happy. Auf. 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 So... Vielleicht sollten wir hier am besten von der anderen Seite anfangen, sonst fall ich hier doch in den graben rein das wäre nicht so gesund so wenn ich mal genau gesehen schweiz fährt hier ich bin da mit dir danke weiter auch hier keiner und du kommst jetzt lebendig begraben jeder wie er verdient so funktioniert fortplatzung aber nicht okay das war ja schon fast FSK 80 was sie da gerade gemacht haben steigt er die einfach mitten in der luft ups ja quietsche äntchen Äh, ich klappe jetzt. So. Okay, ich würde mal sagen, nachdem ich den Boden hier eingezogen habe, machen wir jetzt mal draußen ein bisschen Terraforming, damit ich dann weiß, wie es mit den Fenstern am besten kommt. Nee, Moment, schau mal, da fällte ein... Da fällte ein Baum. Äh. Ach, deswegen halt... Hä? Ich habe mir keinen Baum hingesetzt. Und jetzt habe ich die... Oh Gott. Wow. 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 Wow, ernsthaft jetzt. Weißt du was? Du. Ja, komm. Also, ich kann Spitzhacke mehr dabei. Doch, habe ich. Dankeschön. Ach, ist ja anderes Holz. Achso, gut. Dann lag es also doch nicht daran. Ich brauche mal ein bisschen Holz vor der Hütte. Boah, klar, ich habe keins mehr. Doch, ja. Dschungel. Hatte ich sogar noch dabei gehabt. Boah. So. Passt doch. Ernsthaft. Hier passieren Sachen, die kann sich ja keiner erklären, Alter. Bitte was? Wir müssen denn den Raum auch mal künftig beleuchten, ist ja ganz schön dunkel drin. Fällt mir gerade mal so auf. Dankeschön. Dankeschön. Dieses Quietschehändchen. Oh. Äh, ja. Das war intelligent. So, wer schreibt dir was? Steuererhöhung. Steuerding und ich's nicht. Wie viele Kilometer hast du? Mehr als 200. Ich denke, das war ich. So, lalalala. Ich war the game. Wieso ist denn die Wann wieder weg? Äh, du machst bitte auf zwei Schichten. Nein, die Decke ist falsch. Aber die Ränder sind klar, die sieht toll aus. Äh, gut soll das schaffen. Oh, jetzt hast du sogar Pflanzenpflanzen. Ich zeig dir, was ich meine. Komm mal raus. Ohne Töpfe. So. Lalalala. Okay. Du kannst dir ja bei Gelegenheit Glasblöcke geben lassen. Dann ist es auch schon grün. So, und zum Schluss noch. Das Dach, dann müsstest du selber zu Ende bauen. Holz oder Borke? Äh, in der Sommerkiste ist Stein und Holz. Welches soll dein Dach von außen was? Welches soll dein Dach von außen sein? Achso, letztes Holz. Na gut, du bist der Boss. Äh, okay, dann das andere. Nö, nun ist es Holz. Das Problem der Verständigung. Es ist so alt wie die Sprache selbst. Immer wieder ein bisschen philosophisch abzuschweifen. So, komm. Ach, Mann, ey. So, dann haben wir den Boden schon mal drinnen. Dann fehlen bloß noch ein paar Facken, damit der drinnen auch noch ein bisschen heller ist. Ist ja hier schlimm, ist das, ja? So, ich würde mal sagen, ich klatsche einfach provisorisch an jede Facken. Ich habe keine Kohle dabei, oder? An Kohle habe ich jetzt gar nicht gedacht. Sollte ich es zwar mitnehmen zum Backen und so? Ach doch, aber. Okay, 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 okay. Alles zurück. Alles zurück. Ich habe nichts gesagt. So, 40 sollten erst mal reichen. Leck mich am Arsch. Ach ja, geht ja gar nicht. Ist ja bloß 64er. Äh, 16er. Äh, 64. Doch genau, 64er. So, ich klatsche erst mal überall eine Fackel dran. Sollte erst mal passen. Giegt scheiße aus. Kommt wieder ab. Ach. Ich glaube, das bringt hier gar nichts. Kann das sein? Ach so, zur Not klatsche ich erst mal noch ein paar Fackeln auf den Boden. Ich habe es gewusst. Ich habe es sowas von gewusst. Genau das meinte ich. Wann kommen die Creeper? Ich warte nur auf den Tag, an dem die hier anziehen, wo das gesamte Hauswerk gesprengt wird. Ist doch nicht zum Aushalten hier. Arschloch. Es ist einfach zu dunkel. Ich habe es gewusst. Oh, ein Ei. Gut, ich klatsche erst mal hier immer eine schöne Fackel auf den Boden. Ich hoffe, das reicht erst mal. Nur dürfte ich. Das Pferd sagt nein. Aber halt da. Für euch ist es wieder heilig genug hier, ne? Ach, schlechter. Arschloch. Okay. So, damit haben wir schon mal die erste Etage, was jetzt so die Wände angeht, fertig. Jetzt mache ich dann da draußen nochmal ein bisschen Terraforming und, ähm, also in der nächsten Folge, dann in der nächsten Session. Terraforming und dann so ansatzweise die erste Einrichtung, also vorzugsweise erstmal die Fenster. Gucken, was für Fenster wir machen, ob wir überall Fenstern machen. Und so weiter und so fort. Ja. In dem Sinne würde ich mal erstmal sagen, schau mit V. Und weg.